Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei GeorgCV. Bushido äußert sich gestern auf Twitch über den Bruder von C9G, Roos, und hat direkte Worte an Roos. Speziell weil Roos Bösemann beleidigt hat im Stream und halt unreif reagiert hat. Ich habe für euch die wichtigsten Szenen rausgenommen. Wenn ihr keine weiteren News verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Peace. Ich habe dieses Video gesehen und ich habe gesehen und gehört, was Roos gesagt hat und vor allem auch, wie er über Bösemann und generell über alle Leute geredet hat, die sozusagen nicht pro Sinan sind. An dieser Stelle möchte ich erstmal Folgendes sagen. Ich fand sehr erschreckend, wie arrogant, herablassend und beleidigend sich Roos in diesem Video geäußert und verhalten hat. Er hat Bösemann aufgrund seines Aussehens beleidigt. Er hat ihn Eierkopf genannt beispielsweise. Ich sehe das jetzt nicht als Ei-Form. Und selbst wenn es so wäre, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und gerade Roos ist auch jemand, der letztendlich sich sehr, sehr vorsehen sollte, andere Menschen aufgrund ihres Aussehens zu beleidigen. Okay, das Spiel haben wir schon mal durchgespielt und das Spiel können wir auch nochmal durchspielen, obwohl ich eigentlich nicht vorhabe, irgendwie in Zukunft darauf einzugehen und ich habe auch nicht vor, Musik zu machen oder sonst irgendwas. Okay, aber bitte lass und hör auf, Menschen zu beleidigen, grundlos zu beleidigen und spar dir deine hochmütige, arrogante Art. Dieser Mensch, den du da siehst, hat in jedem einzelnen Satz eine konstruktive Kritik an dich und an deinen Bruder gestellt. Okay, er hat seine Meinung mit Fakten hinterlegt. Er hat viele Sachen aus dem Sinan-Statement angeprangert, wo er 100% Recht hat. Er hat auch leider anscheinend viel aus der Justiz mitgenommen. Wie du dich darauf eingelassen hast und wie viel Hass du einfach nur für jeden Einzelnen hast, der sich irgendwie zu dieser Thematik äußert, das ist sehr, sehr erschreckend. Und du, lieber Ruth, bist der kleinste, größte Unterdrücker und Manipulator, den die Deutschrap-Szene jemals gesehen hat. Auch darüber werden wir bald noch vieles hören und noch viel sehen. Auch du bist nicht davor gefeilt. Und nur weil viele Jahre vergehen, in denen du dachtest, du hast Oberwasser und du kannst Witze über mich und über meine Frau und über meine Kinder machen, das klären wir auf einem anderen Niveau. Aber...